guten tag hier ist wieder einmal der gusua nächstes video also ihr seht es natürlich jetzt einen tag danach also am dienstag ich bin natürlich schön weiterhin am montag am aufnehmen und will euch natürlich auch irgendwo zeigen wo es jetzt lang geht also ich habe ja gestern gesagt okay hier passt auf jetzt wird das auch ziemlich geiler scheiß jetzt wird halt das townhall abgegradet logisch und jetzt wollen wir natürlich sehen was hier jetzt noch weiterhin so geht ich glaube ich werde hier guckt mal hier ich fange hier an dass die ganz genau dorthin rennen wir haben kein splash damage und jetzt kann ich nämlich von hier aus reingehen und kann hier nochmal kurz da das machen weil mir geht es darum dass king und queen die möglichkeit haben durch diese mauer zu gehen das ist halt das ganz wichtige für mich weil die werden jetzt so einfach nicht an die mauer gegangen ganz klar und jetzt gucke ich mal ob die das irgendwie hier halbwegs hinbekommen na die queen geht schon mal rein die kleine maus gucken wir mal wie das hier läuft so queenie muss jetzt geragelt werden bzw ihr wisst was ich meine yo das ist gut das ist gut king muss auch geraget werden hauen wir mal hier nochmal ein rage drauf und jetzt wäre natürlich ja cool okay townhall sollte auch down gehen mit den kobis gucken wir jetzt nach ja easy going junge easy naja so easy war es dann doch nicht aber hat geklappt und wieder ja ist okay ist jetzt nicht die welt aber ist okay gewesen ich wollte ja eigentlich gar nicht gewinnen weil ich ja eigentlich mit dem townhall halt logischerweise mit dem townhall möchte ich runter nein mit dem townhall möchte ich natürlich rauf aber mit dem pokis möchte ich runter und deswegen ist es natürlich gar nicht so verkehrt dann einfach nur ja die truppen bzw. halt die kobis halt wirklich einfach nur raus zu knallen und zu gucken was geht und dann passt das halt ich karte euch dann gleich wieder zum nächsten raus ganz klar und wenn es dann wieder interessant wird dann seid ihr wieder dabei ich haue hier noch kurz die helden hoch dass wir die nächste stunde richtig schön gas geben können und dann sollte das laufen bis gleich so und da bin ich einfach noch mal nebenbei in den one million loot clan gegangen und möchte euch einfach hier nebenbei halt noch mal die gameplays zeigen klar und einfach noch mal ein bisschen kommentare beantworten weil klar das ist natürlich immer eine ziemlich geile geschichte wenn man sagt gut okay man lässt es halt nebenbei laufen und kann dann halt einfach noch mal sagen gut okay so und so sieht es aus das und das geht ab und zwar schreibt der so pro hey her usu aber er meint garantiert hey usu habe lange eine pause von deinen videos gehabt weil ich dich nicht mehr so gefeiert habe aber jetzt bin ich wieder dabei mach weiter so ja vielen vielen dank und das ist genau das richtige was du gemacht hast du hast halt gesagt gut okay pass auf also entweder okay ich komme jetzt gerade mit dem mit dem stil von dem youtuber halt nicht so hin ich kann mich damit nicht so wirklich identifizieren und möchte ich jetzt gerade nicht dann ist das vollkommen in ordnung dann gar nicht irgendwie ja ich deabonniere dich jetzt oder was auch immer kann man natürlich auch machen klar wenn man Ehe sagt okay kommen das ist gar nichts mehr oder sowas kommen deabo ist ja nicht weiter wild aber ansonsten einfach zu sagen gut okay pass auf ist gerade nicht so meins einwandfrei so eine aktion hat einfach mal einen daumen nach oben verdient nicht irgendwie ja hier deabo wie auch immer sondern einfach nur okay ist halt gerade nicht so meins und wenn es einem dann wieder spaß macht dann los geht's mir ging es zum beispiel bestes beispiel mir ging es zum beispiel wirklich mit mr trash pack so ich habe den zeitlang richtig richtig hart gefeiert und geguckt 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 absolut gar nichts gegen ihn sind nicht im ansatz und habe dann irgendwann gemerkt oh ja ist doch nicht mehr so meins und dann ist das halt so fertig also Zeiten also nicht nicht nur der youtuber muss sich irgendwie oder nee andersrum nicht der youtuber selber muss sich eventuell verändert haben oder kann sich verändert haben sondern man selber ja eben auch man kann ja sagen gut okay also entweder ich stehe ich zum beispiel nicht mehr auf das spiel oder dieser kommentierstil gefällt mir halt gar nicht mehr das ist doch vollkommen in ordnung wie gesagt es gibt im leben immer wieder veränderung genau so halt eben auch in COC oder bei mir halt grundsätzlich so ganz klar lefkos schreibt frische frisur ja also das ist schon es war einfach wirklich zeit es war halt wirklich fuking noch mal zeit und ich meine wirklich man ich komme dann mal relativ schnell in diesen bereich wo ich dann sage oh naja man könnte ja doch noch länger und sowas aber nee so ist denke ich mal mehr als ausreichend gewesen ja weniger mehr frisur wollte ich halt auch definitiv nicht also mehr haare mehr frisur Hier haben wir vom m 7 9 9 0 ordentlich gut auf jeden fall und dann eben einfach weg gebatscht und ja dann schreibt Clash Royale Ramp plus COC schreibt auch maxed out bro ja vielen vielen dank für die glückwünsche grundsätzlich von allen in dem fall klar also viele haben jetzt geschrieben aber herzlichen glückwunsch und es ist halt wirklich so es war halt immer ständig dabei dieser begleiter ich war halt immer townhall 9 ich war über mit über zwei jahren war ich halt ja townhall 9 und das ist schon richtig richtig krass dass das mittlerweile jetzt halt dann sich ändert auf jeden fall so Gucken wir mal weiter was wir hier sonst noch haben German TV schreibt noch OMG zwei jahre suchte ich dich ich war seit anfang an bei dir mit am start jetzt endlich habe ich dich wiedergefunden als beweis hast auch ein video gemacht wie du zur arbeit gehst das heißt also er hat nicht suchte sondern er sucht mich also ja dann ja herzlichen glückwunsch dazu dass du mich wiedergefunden hast auf jeden fall German TV und dann läuft das auf jeden fall das ist natürlich eine coole sache wenn halt abos wieder zurückkommen sage ich mal und sagen hey das war eine coole zeit mit dir und so weiter das ist schon richtig richtig cool one million vom rockstar Richtig garantiert richtig geil 1er golems sehe ich ja natürlich schon ja ewig kälten nicht mehr aber auch die können natürlich ein bisschen was ab schauen wir uns mal an beziehungsweise ihr schaut euch das an ich gucke mal weiter in meine nachrichten hin und her so dann achso dann ging es darum im im queenwalk back video also als ich gesagt habe er hier mit dem queenwalk geht es wieder los da ging es ja darum heißt es jetzt nur go war wie oder go wie war und ja wie gesagt ist also man muss sich meiner meinung nach bei sowas auch nicht drum kloppen man kann halt einfach sagen ich pass auf so und so sieht's aus und dann ist gut oder eben nicht also das passt also ich würde auch sagen go wie war und dann passt das so schauen wir mal weiter trash god schreibt ist ja gut dass du so lange videos machst ja also ist finde ich auch also es muss auch immer wieder so sein dass immer mal so eine ja so eine special folge rausgehauen werden muss wo man sagt ein concom ey ist doch egal dann ist die halt auch mal 30 minuten lang dauerhaft geht sowas natürlich nicht alleine klar vom schneiden dauert das jetzt nicht viel länger als eine andere aber ich nehme ja eben nicht nur zehn minuten auf sondern halt 30 dann bleibt der rest natürlich irgendwo auf der strecke und das will man natürlich auch nicht richtig geil dass du gerade noch so mit dem king dass den den magier turm da außen aus außer gefecht genommen hast richtig richtig cool ne und wie gesagt so eine 30 minuten videos sind immer wieder mal cool auf jeden fall Ah wir können wieder angreifen wir sind fresh dabei auch nicht schlecht aber auch nicht so wirklich gut 300 muss ich jetzt gerade echt mal gucken der hat das echt in seinen lagern Ja ich meine die würde ich hier kriegen dann würden mich natürlich auch die die splash damage teile natürlich kassieren Ach kommt leute ich denke mal ich krieg es noch noch einfacher hin sage ich mal hier haben wir sogar 400k aber natürlich eine ganz andere base Ne das ist auch noch nicht so wirklich was aber wie gesagt jetzt wirklich einfach nur schön runter farmen Und wirklich das mitnehmen was ich kann klar jetzt natürlich schön noch jetzt brauche ich für 14 mauern effektiv brauche ich Moment 30 millionen 42 millionen Und das ist natürlich auch jetzt kein pappenstiel ich habe mir jetzt natürlich überlegt wenn ich jetzt zwölf tage brauche sollte das ja passen klar andere sagen mal ja an einem tag oder wie aber wie gesagt ich gehe da ganz Soft ran dass ich halt sage okay jeden tag locker eine mauer das sollte total easy sein Grundsätzlich dazu eventuell Wenn das jemanden interessiert sage ich mal Ist es ja so dass nova die account daten zu meinem Zweit account hat muss dass ihr das mal wisst der erst account ist definitiv nur von mir gespielt also den Da hat auch kein anderer irgendwelche daten dazu Der ist definitiv only from me das ist es halt wirklich so also vielleicht stellen sich auch manche die fragen Warum lässt man den auch von jemand anderem spielen also klar das ist halt nicht einfach nur so naja gut okay Die Da hat jemand angefragt und hat gesagt ja er will mit meinem account spielen sondern das ist halt klar eine vertrauensfrage logisch Und wenn ich halt eben merke ich habe da gerade echt die zeit nicht für es ist nicht so dass ich jetzt sage Oh ja kein bock drauf sondern halt wirklich Zum beispiel gestern bestes beispiel mega mega geil ich stand kurz vorm upgrade also sprich dass die Bogeys Geupgradet werden konnten ich hatte irgendwie Ja ich brauche ja glaube ich sechs millionen waren es und ich hatte 500 also 5,6 millionen oder sowas hatte ich irgendwie und Hatte die zeit in dem fall nicht ich habe dann noch mit dem anderen account noch mal kurz gesuchtet Und stand halt da und ich kurz einfach in chat geschrieben Noah kannst du noch mal kurz und der hat zwei angriffe gemacht und zack hat er die bogeys gestartet und fertig Mega geiler shit mega geiler shit genauso merke ich das auch wieder Bestes bei es ist wirklich wird wieder hier so ein geiler real talk Und zwar ist es halt auch total mega Meine meine tochter fragte mich gestern auch kannst du mir bitte motor world auch auf mein tablet also nicht auf Ihr tablet sondern das tablet meiner frau was Effektiv nur von meiner tochter verwendet wird Sagt er sie oder kannst du mir eventuell dass da auch drauf installieren und dann sagt ja auch pass auf brauchst du gar nicht weil mein ipad also wenn ich jetzt nicht gerade Gucken wir mal kurz gerade moment Product placement hier ja alter bugatti tasche ja weil ich doch die Mein handy habe ich auch eine bugatti tasche Und ja hier bin ich ja eben schön am spielen immer Und ja wenn ich es nicht gerade hier Öl scheiße nicht gerade hier in hamburg habe dann habe ich sehr logischerweise auch zu hause Und dann kann sie nämlich auch mal auf meinem motor world account weiterspielen Und ich finde das richtig cool wenn man sich ein account teilt So ich weiß nicht wie ihr das macht Haut da haut es bitte auch mal in die kommentare dass ich das auch mal weiß Teilt ihr euch mit dem homie irgendwie ein account dass ihr sagt Oh kommt dann muss man da irgendwie nicht so hart Rangehen oder sowas wie seht ihr das also sagt ihr auch auf keinen fall Oder wie macht ihr das weil wie gesagt ich finde das Mega awesome einfach wirklich eine tierische entlastung für einen auch irgendwo teilweise wenn man jetzt sagt gut okay Ich kann mir das gut vorstellen was für sich Ihr habt ja auch logischerweise alle whatsapp oder wie auch immer oder kick oder wie auch immer Und dann sitzt ihr halt da und sagt euch oder komm ich habe jetzt gerade ein boost am laufen Und kann aber zum beispiel nur eine halbe stunde boosten weil ich danach was für sich zum training muss So und ihr wollt aber unbedingt ein boost weil ihr halt eben Unbedingt eine gewisse anzahl an gold braucht sage ich jetzt mal bestes beispiel Und dann könnt ihr halt eben sagen gut okay komm pass auf dann Homie boy ich habe gerade boost drinne Willst die letzte halbe stunde zu ende boosten und fertig also ist für mich meiner meinung nach eine mega geile geschichte Also finde ich richtig richtig cool Aber kann ja auch sein dass andere sagen nee auf keinen fall also ich will Definitiv nicht oder ich würde auch meine da daten nie mit einem kumpel Scheren aber das ist ja würde ich gerne mal wissen wie ihr das haltet Hier natürlich auch wieder ein bisschen tricky Ah ziemlich geil der hat jetzt echt viel hier hat das splash damage weg Die queen hat er nicht dabei Ah leute leute ganz ehrlich ja der Ja den möchte ich ach ist ja sogar mein high account Dann kriege ich den ja locker hin Dann gucken wir mal hier dann haben wir mal da und da rein und dann haben wir mal an die ich glaube mal Dings noch nicht hier wir gehen mal hier ganz soft und chillig So gucken wir mal was wir hier cb technische reißen können Rage da drauf Und dann gucken wir mal ich hoffe mein king geht jetzt nicht zu krass down nö das sollte passen Queenie macht das was er am besten kann immer schön Pfeile auf den popo vom gegner ich sehe aber der gegner hat noch die cb truppen Und die müssen natürlich genau jetzt sind die weg Oh guckt euch bitte die kobold schlange an Ihr dürft sie nicht vergessen So läuft passt Ah jetzt hätte ich natürlich gerne da noch genau Ja ja komm komm Äh noch ein rage rein Ach scheiße ich habe nur noch vier Ja vier goblins bringst du dann nicht mehr Ja OMG Er hat es verkackt Ja so ist das Leben Mal gewinnt man mal verlieren die anderen Nee andersrum mal verliert man mal gewinnen die anderen So hört sich das viel besser an Das Ja oh wir sind wieder Wir haben ja schon wieder ein bisschen überzogen hier Aber wie gesagt das würde mich mal mega interessieren Wie ihr das findet Mit diesem account Auf mehreren Also mehrere Leute mit einem account spielen Oder wie haltet ihr das Das war's und ihr haut rein Ciao ciao